Es ist das beste Leben, wenn du mit Freunden den Moment genießt, die beste Zeit verbringen, wenn Silvia kocht. Herzlich willkommen zu Silvia kocht, schön, dass Sie wieder mit dabei sind und in der Woche sind wir kulinarisch im Burgenland unterwegs und da haben wir uns den Papst der Nose-to-Tail-Bewegung quasi geschnappt, Max Stiegl ist sein Name, er kocht heute für uns Hirnbruchfleisch, ich freue mich riesig darauf, bin gespannt, was wir zaubern werden, Max, grüß dich. Hallo Silvia, grüß dich. Hallo lieber Max, was hast du mitgebracht? Ich habe hier Kalbshirn mitgebracht und Bruchfleisch, Bruchfleisch, eine typisch böhmische Wiener Speise, da werden viele Innereien, also in dem Fall jetzt vom Rind, in einer bestimmten Reihenfolge, also der gesamte Schlund, wo man sich das vorstellt, also von, da hängt die Lunge dran, dann ist unten die Mütze, jetzt wo man das Ganze ausweitet, dann ist die Leber, dann ist Briss, Briss ist die Wachstumsdrüse, da wird das Ganze in einer bestimmten Reihenfolge kocht, geschmort, eigentlich wie ein Gulasch, das Gulasch des armen Mannes. Und was machen wir da raus, also wir machen einmal Gulasch und was machen wir mit dem Hirn? Und aus dem Hirn machen wir eine Terrine, das Hirn wird zuerst mariniert, dann kommt es mit Eiern in ein Glas rein, das Glas wird zuvor mit Folie ausgelegt und dann wird es einfach pochiert. Ist eigentlich nichts anderes wie Omlet, nur es sieht schön aus und lässt sich besser verkaufen. Also ich bin gespannt, auf alle Fälle, ich habe einmal in meinem Leben schon Hirn zubereiten dürfen, die anderen Sachen sind mir glaube ich jetzt noch neu, was darf ich tun? Na schon, wir haben jetzt hier mal das Bruchfleisch, also das ist die... Was ist was? Hast du schon mal gesiziert? Ja, habe ich tatsächlich sogar. So, das ist eine Lunge. Das ist die Lunge, weil da sieht man auch schön die Bläschen quasi noch, da ein bisschen da die... Das ist das Kronfleisch. Was ist Kronfleisch? Ja, das Zwerchfell. Das Kronfleisch. Okay. Aha, da ist das so, was auseinander geht beim Atmen, das sieht man da von oben ganz gut. Das ist der Katalysator sozusagen. Da haben wir die Milz, die Milz, die kann man eigentlich so Schaben oder Milzschnitte machen, nicht jeder mag die Milz im Bruchfleisch, wir geben es rein, mir ist jetzt eigentlich wurscht, was die anderen wollen, und die Leber noch. Und das dazwischen ist was? Das ist das Briss. Ah, das ist das Briss, die Wachstum. Das ist das Briss. Ja, aber siehst du schön, das ist ein schön großes Briss, das ist jetzt nicht das Mittelstück, sondern eher das untere unten. Und das schneiden wir jetzt alles in gleich große Stücke, so groß ungefähr. Macht das eh? Ja, natürlich. Gut. Ja. Und ich werde in der Zwischenzeit schon das Gemüse schälen, anschmoren, anbraten, und dann werden wir das zubereiten. Muss ich da jetzt irgendwas speziell wissen zum Schneiden, oder ist das egal, einfach... Naja, ich würde es mal schneiden, die größeren Röhrerl, falls welche drin sind, so wie das. Die kommen raus? Genau, das würde ich rausschneiden. Okay. Weil... Geht's? Ja. Ich hab nur... Ich hab nur... Was heißt? Ich hab 100 Fragen an dich, weil du bist ja wirklich... Ich hab eingangs gesagt, du bist der Papst der Nose-to-Tail-Verarbeitung. Das ist mir eingefallen, ich finde das jetzt großartig, dass ich mir das überlegt hab, weil du hast es dir zur Aufgabe gesetzt, den Menschen zu zeigen, dass man wirklich alles vom Tier verarbeiten kann und auch soll. Naja, es geht ja irgendwie um einen Respekt, weil es ist ja so, wenn schon ein ganzes Tier sterben muss, weil wir das wollen, dann soll man es auch zur Grenze verarbeiten. Warum? Nur weil Angebot und Nachfrage da sind, heißt ja nicht, dass das Ganze sofort weggeworfen werden muss. Warum ist ein Ringerl oder ein Rüssel oder ich weiß nicht, der Fuß weniger wert als das Carré oder irgendwas anderes? Das ist ja ein Tier. Und das ist nur diese Überheblichkeit, diese Arroganz, die wir Menschen besitzen oder besessen haben, wie auch immer jetzt. Was hast du da jetzt zusammengelegt? Ich krieg ja die wichtigsten Sachen nicht mit. Da habe ich jetzt etwas Calvados, etwas Weinbrand reingeben. Schaut, da wird das Ganze gesalzen, da kommt Traubenzucker rein, wegen der Farbe. Man könnte auch Brötelsalz nehmen, aber ich bin nicht so ein Freund des Salzes, des Brötelsalzes. Warum? Ja, weil das ist irgendwie keine Ahnung. Vielleicht stimmt das, aber ich mag es einfach nicht. Und, aber auf das Ding nochmal zurückzukommen. Es geht ja in Wirklichkeit um ein ganzes Lebewesen. Ich meine, wenn schon etwas sterben muss, damit wir es essen, das ist ja nichts Böses. Es sind ja Nutztiere, die da sterben. Es sind ja keine aus unserer Sicht Nutztiere. Dann soll man es auch zur Gänze verarbeiten. Und da geht es wirklich um eine Wertschätzung, um einen Respekt, weil man kann bei einem Menschen auch nicht sagen, ich will nur einen Fuß und keine Ahnung, irgendwas an Obauen. Ich will nur die guten Eigenschaften. Ja, das geht ja auch nicht. Das ist ja meistens ein Gesamtpaket. Gefühlt zu oft einen Mogelbalkon. So, jetzt schauen wir mal da. Eine Freundin von mir hat sich viermal scheiden lassen. Beim vierten Mal hat der Richter gesagt, Frau so und so. Und sie hat zum Richter gesagt, ich sage Ihnen eins, ich heirate nicht mehr. Und er hat zu ihr gesagt, sie ist 44, hat sich zum vierten Mal scheiden lassen. Ich sage Ihnen eins, nur wir sind ja viermal im Magen verrenkt und hören sie auch nicht zum Essen auf. Schau, das kam jetzt so aus. Wie oft war dein Opa verheiratet? Siebenmal. Siebenmal? Ja. Wie viele Kinder? Viele. Jetzt will ich doch gar nicht über die Welt. Sehr viele Kinder. Aber es ist ja schön, oder? Aber er hat sich mehr als Opfer gesehen. Achso, das ist oft so, gell? Ja. Naja, das war halt. Das waren noch andere Zeiten. Ich werde jetzt mal die Eier aufschlagen. Und eins fehlt mir da schon noch. Was fehlt noch für Innereino? Siehst du, wenn du einen Schlund hast? Was fehlt noch? Keine Ahnung, Blase? Nein, sag mal. Nein, die Luftröhre. Ah, das Lichtl. Das Lichtl fehlt noch. Schau her. Das haben wir jetzt vergessen. Ich schmeiße die auch später raus. So, schau her. Und das ist jetzt so easy. Reicht dir das oder mehr? Nein, das haben wir jetzt alles. Nein, haben wir nicht. Das Ding fehlt noch. Das Briss fehlt noch. Aber schau jetzt mal ganz kurz. Ja, natürlich. Man nimmt jetzt ein Ei, gibt das rein und dann kommt das Hirn rein. Das ist so easy. Ist das wirklich nur Eier? Ja, das ist ein verquirltes Ei. Und das war's. Und das ist wieder zugemacht. Da ist jetzt keine Gelatine oder irgendwas drinnen. Nichts, nichts. Schau her. Das ist wieder zugemacht. Man kann auch einen Deckel draufgeben. Schau, das ist ja kein Deckel. Das ist jetzt zugemacht. Und das kommt jetzt noch ins Bockrohr. Jetzt geben wir das nächste Hirn hier rein. Weil, das muss aber alles... Beim Fleischer, wenn ich diese unterschiedlichen Bruchfleisch haben möchte und Hirn, kann ich einfach vorbestellen, oder? Das kann man vorbestellen und man kriegt das ganz gut. Eigentlich überall und immer mehr jetzt in letzter Zeit. Das gefällt mir umso mehr. Weil ich finde zum Beispiel, keine Ahnung, viele Däner rein werden auch für irgendwelche Pharma-Sachen verwendet und so. So, ich gebe das jetzt kurz rein. Schau. Ich lasse eine Stunde drin bei 100 Grad. Dampf? Dampf, 100 Grad, eine Stunde. Und dann soll es fertig sein. Diese Größe. Man kann aber eine Kaffeetasse genau stattdessen nehmen oder irgendeine andere schöne Form. Je nachdem wie man ausgestattet ist. So. Okay, liebe Silvia. Ich schneide mal das Gemüse. Ich würde ein sauberes Messer brauchen. Irgendwie ist meins verschwunden. Groß, klein. Ich nehme mal das Größere. Schau. Okay. Kannst du dich rüberstellen und das ein bisschen aufheizen? Butterschmalz rein. Ja, das ist Montessori. Du kannst das Rezept singen, aber nicht kochen. So, geht schon. Butterschmalz. Ja. Tanzt du gerne? Ja. Ich bin eine gute Tänzerin. Ja, das behaupten sie auch nicht. Ich habe noch nie tanzen gesehen. Ja, dann musst du ein bisschen öfter ORF schauen, weil da waren die Dancing Stars. Ich habe erst noch einen dritten Kind am Fernseher gekriegt. Wirklich? Ich habe mir gedacht, ist es günstiger wie... Wie nur ein viertes Kind. Machst du bei den Dancing Stars? Wirklich? Ja. Ja, gratuliere. Und wer war dein Partner? Der Danilo Campisi. Der wunderbare Danilo. Sensationeller Tänzer. Ja. Und der hatte kein Problem. Mit was? Mit den Tanzeinlagen und so. Na, der ist ja der Danzer. Achso, er ist der Danzer. Er ist der Danzer. Ich werde quasi... Der Promi dazu. Der Promi dazu. Drehe ein bisschen zurück bitte. Die Flamme. Also so ab 7 Uhr. Mhm. Ja, ich freue mich immer, wenn jemand tanzen kann. Kannst du nicht? Also ich probiere es immer wieder, weil es gibt so Sachen, wo ich mir denke... Als Slabe muss man tanzen können. Ja. Als Slabe-Schamann kann man tanzen. Ja. Wir laufen oft im Kreis und tanzen so, aber so richtig, dass ich abschicke irgendwo. Apropos, reden wir doch über den Sautanz. Ja. Das ist jetzt die perfekte Überleitung von deinen Tanzkenntnissen zu einem der tollsten Events im Burgenland. Was ist der Sautanz? Der Sautanz. Also früher hat man am Land immer... Na, schau wie schön das ist. Warten wir ganz kurz. Wir hatten irgendwo hier Lorbeer. Zweierlei Lorbeer. Wir haben einen frischen Lorbeer. Da vorne schon her. Frische Lorbeerblätter. Sensationell. Das müssen wir ein bisschen einreißen. Ah, die riefen so gut. Hör ich mal. Aber das sind meine Finger, glaube ich jetzt. Die müssen ein bisschen einreißen. Das ist super. Muskatnuss. Dann werden wir die Sautanz. Also früher hat man am Land immer das ganze Jahr über ein Schwein angefüttert. Und dieses in der kalten Jahreszeit angestochen. Und dann dieses zur Gänze verarbeitet. Heißt, Speck gemacht, Gramm hinauslassen und Blunzen gemacht und und und. Das hat aber ein bisschen was Gemeinschaftliches, Soziales auch mit sich gebracht. Also man hat sich da wirklich zusammengesetzt mit den Nachbarn. Und dann hat man sich einfach und dann ist die Schwein zur Gänze verarbeitet worden. Also in der Früh hat es einmal für alle Helfer Hirn gegeben. Leber, Nierendl, da war ja nicht viel da. Dann ist einmal eine Blunzensuppe gemacht worden. Und eine Blutzuppe. Schau, jetzt gebe ich das Kronfleisch hier rein. Kronfleisch zuerst, weil braucht er am längsten? Ja, das braucht er am längsten, ja. Schleit das Meiran rein. Also was der Trüffel für einen Italiener ist, ist der Meiran für den Burgenländer. Ach so? Ja, das wächst einfach bei uns. Das ist so gut, so schön. Du hast den Meiran auch mitgebracht. Von wem ist der? Ich habe den Meiran mitgebracht vom Hannes Pinteric. Das ist der, der den Safran auch anbaut. Und der auch die Fenchelbohnen und das Ganze anbaut. Der ist wirklich einer unserer Leitbetriebe im Burgenland. Aber der Sautanz ist wirklich so ein Fest geworden. Wir veranstalten den drei, vier Mal im Jahr. Ist immer ziemlich schnell ausgebucht. Menschen aus aller Welt kommen zu uns. Was ist das? Ein bisschen Mehl. Ein bisschen Mehl. Staubmehl. Abstauben. Und dann kommt ein Schuss Essig rein. Aber das heißt, wie lange im Vorhinein ist das ausverkauft? Oder ausgebucht? Immer auf ein halbes Jahr voraus. Schau, etwas Essig rein. Apfelessig. Apfelessig. Und was ist das? Rotwein. Rotwein. Passt. Das spritzt überall. So. Und jetzt lassen wir das ein bisschen kochen. Aber den Sautanz sollte man mal gesehen haben. Wir werden oft gefragt. Viele glauben, ich hätte das neu erfunden. Aber das hat es schon immer gegeben. Das ist ein Brauch, der schon immer gelebt wurde. Aber es ist schön zu sehen, wie wirklich aus 250 Kilo Schwein zum Schluss nichts mehr da ist. Weil wirklich alles verarbeitet wird. Und warum es mir beim Essen oder beim Erzinnereien, weil wir gerade dabei sind, geht. Es geht nicht um das, ob es einem schmeckt oder nicht, sondern man soll es probiert haben. Und das ist das Um und Auf. Was ist schlimm an einem Kuhäuter? In der ganzen Welt gibt es das Berliner Schnitzerl. Das alte Schnitzerl ist ein Kuhäuter Schnitzerl. Aber das ist, glaube ich, oft nur ein bisschen Kopfsache. Ich glaube auch. Muss da mal das Nächste rein. Na ja, jetzt kommt die Lunge rein. Das war die Lunge? Ja. Geht's? So. Das Bries. Das kann man gleichzeitig rein, bis es da ist. Und die Leber. Dann geben wir Thymian dazu. So, super. Geht's? So. Das sieht ja richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Das wird jetzt eingekocht. Mhm. Und deswegen verstehe ich auch oft die Preispolitik nicht, warum das weniger kostet irgendwo hin. Irgendwo in einem Wirtshaus oder irgendwo, als ein Steak oder irgendwas anderes. Weil da ist Arbeit dahinter. Und die Arbeitszeit, die Arbeitskraft muss ja auch jemand bezahlen. Absolut. Was tun wir jetzt da noch dazu in die Arbeitszeit? Einfach rein. Ja, rein. Dieses Thymian. Dann etwas Suppe rein. Mhm. Wir haben übrigens die Rezepte für Sie zusammengefasst. Also, falls Sie Lust haben, das nachzuempfinden, was Max Stiegl uns so schön erzählt hat, dann gibt's die Rezepte auf der Teletext-Seite 356 in der ORF-Nachlese auf extra.orf.at und auf tv.orf.at slash Silvia kocht sowas. Wie lange muss das jetzt köcheln? Eine gute Stunde. Natürlich, da ist der Max ein bisschen früher gekommen und hat da schon einmal die ganze Runde vorbereitet. Das sieht man da so schön. Mich würde jetzt noch interessieren, diese Soße, die ich da habe. Ja, das ist eh das Gleiche. Aber wie kriege ich die Bindung, dass das so ist? Nein, das kommt ja durchs Müll. Wir haben sie vorher abgestaut. Und das, nachdem Sie das einreduziert hat, ist das da? Soll man das einmal verkosten? Ja, sehr gern. Aber da brauchen wir zuerst einmal einen Löffel. Was brauchst du? Ist es noch warm? Ist es noch warm? Ich habe jetzt nur mehr Gas gegeben. Ich mache gerne nur mehr Gas. Vielleicht geben wir das in so eins. Das dauert ein bisschen. Nur mal ganz kurz wegen dem Sautanz. Eine Frage habe ich. Man kommt zu dir und dann isst man quasi den ganzen Tag? Den ganzen Tag. Das geht in aller Herguss früh los. Manchmal beginnen wir um vier in der Früh, manchmal um sieben. Früher hat man ihn in der Früh abgestochen. Ja. Und da wird auch viel Schnaps getrunken. Meistens bis zum Verlust der Muttersprache. Aber das ist ja das Schöne. Da kommen Menschen aller möglichen sozialen Schichten durch. Ja. Aber von Schnaps. Da kann man jetzt eine, oder? Ist da ins Gulasch? Schaden kannst du ja nicht, oder? Ja, nein. Es geht ihm wirklich, es ist ein schönes Fest, wo gegessen und getrunken wird. Es spielen gute Bands immer. Wir haben sehr oft irgendwelche Aroma-Bands oder regionale Bands. Wir hatten auch alles Mögliche schon. Aber am Tagesende geht es um das, dass man wirklich sieht, dass man alles essen kann. Es ist ja wirklich wie ein großer Workshop. Und da zahlt man so ein paar Schale, betritt den Laden und dann geht das den ganzen Tag damit. So. So. Brugfleisch. Schneidest du eine Scheibe Brot rüber, bitte? Dann haben wir auch Brot. So. Dann haben wir hier unser Brugfleisch. Normalerweise kann man jetzt einen Semmelknödel dazu machen. Jetzt sag nur mal, was wir da gekocht haben. Gutes. Das ist das Wiener Brugfleisch. Auch das Kronländer-Essen genannt. Kronländer-Essen. So wie früher. Das ist jetzt nichts anderes wie ein Gulasch aus den ganzen Innereien. Aber ich bin immer der Meinung, wenn man es gut zubereitet, dann ist es gut. Das ist ein Wahnsinn. Und ein paar Karotten sind auch drin, falls Vegetarier dabei sind. Mh. Meist das gut. Aha. Aber ich frage mich oft, warum man sowas nicht öfters auf der Karte kriegt. Mh. Bäusch, oder? Bäusch kriegt man öfters, ja. Aber so ein Mix, das ist was. Mh. Hervorragend. Und mich ärgern ganz oft, weil die dann behaupten, in der Reihe sind ungesund. Wir haben eine Pizza. Wieso soll es in Reihen ungesund sein? Mh. Wegen einem Cholesterin. Ich sage viele Neos, es ist zu viel Cholesterin, auch Hirn. Aber ich esse ja kein 5 Kilo Hirn. Ich esse ja noch eine Portion davon. Aber das ist doch jetzt gerade der Trend in die andere Richtung, dass alle machen sich diese Knochensuppen, die man schon seit 100 Jahren macht. Die Bone Broughs, ja. Bone Brough, Brough. Und sagen jetzt, das ist der neue Trend wegen dem Cholesterin. Ja, weil 720 Euro kosten. Genau. Eben deswegen. Total blöd. Um 3,50 Euro hat es keinen Wert. Mh. Aber jetzt haben wir vor lauter Reden eine Sauce vergessen für das Hirn. Wir werden da schon was zusammenreden. Warte, machen wir schnell eine Sauce. Ja passt. Ein Schneebesen oder irgendwas? Schneebesen? Klein oder groß? Auf die Größe kommt es ja nicht rein. Na ja, was willst du trotzdem haben? Was Besseres bitte? Ja, sicher. Ein Messer. Siehst du? Essig, Knoblauch. Essig, Knoblauch. Essig, Knoblauch. Knoblauch, Essig bringe ich dir. Danke. Weiß, rot. Bitte weiß, ja. Mh, 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 mh. Vielleicht, wenn ich im Küchern schaue, hätte ich sicher noch Sauerrahm oder so. Dann machen wir eine wunderbare Sauce. Nein, das liebe ich. Da haben wir Sen und Kappernbeeren. Ich liebe Kappernbeeren. Sonst noch was? Dann passt. Super. Schau. Ein paar Kappernbeeren geben wir noch rein. Wie viel hättest du denn gern? Sieben Stück. Warte. Drei, sechs, eine noch. Hier. Dürfen sie auch da sein? Ne, was du eine isst. Da. Die eine isse ich noch. Da haben wir jetzt ein bisschen Senfsoße. Mhm. Und irgendwo war ein Sauerrahm, hast du gesagt. Den nehmen wir auch noch. Klein fresh. So. Das ist großartig. Auf das waren wir jetzt alle nicht vorbereitet, dass das passieren wird. Aber das war klar, dass das passiert. Was? Dass wir was vergessen in unserer Alkaree. Nein, ich habe nichts vergessen. Nein, nein. Wir haben es noch weiterentwickelt. Gut. So, bitte schön. Schau. Und jetzt etwas rein. Das war jetzt ein Crème fraiche. Ein Crème fraiche. Sie erkennen das zu Hause. So, wir haben jetzt eine flexible Sauce hier entwickelt mit etwas Crème fraiche, grobkörnigen Senf, Kappernbeeren, Olivenöl, weißen Balsamico und Knoblauch. Silvia, schmeckt es? Fehlt irgendwas? Ein paar Fenchelpolen geben wir noch rein. Fenchelpolen. Was ist Fenchelpolen? Fenchelpolen sind von den Fenchelblüten oben. Wirklich? Diese Fenchelpolen schmecken ein bisschen wie Tee. Okay. So, okay. Wir kosten jetzt unser Hirn. Ich hoffe, das ist jetzt was. So, normalerweise nimmt man das Glas jetzt. Man kann auch jede andere Form nehmen. Machen wir es ganz dezent oder fest anziehen? Na, dezent ist immer besser bei solchen Sachen. Schau. Schau dir das an. Schau dir das an. Und das hält sogar. Grandios. Na ja, schauen wir mal. Wir haben es noch nicht angeschnitten. Ein bisschen warmes Wasser bitte. Warmes Wasser? Nur damit das Messer... Nein, oder lass nur laufen und ich tue das drunter halten. Normalerweise in einer richtigen Küche hätten wir jetzt so kochendes Wasser. Tadaaa. Ah Gott, du bringst mir Glück. Na wieso? Sag nicht, dass das dir sonst nicht gelingt. Na ja, aber nicht so. Schau, wie schön das ist. Nicht mit so viel Hirn wahrscheinlich. Schau dir das an. Ah, richtige Freude. Wenn man die richtigen Gäste dafür hat, die das auch dann wirklich zu schätzen wissen, dass man sowas aufgekocht hat, dann macht das natürlich... Wow. Einen Mega-Eindruck. Schau, da hast du das Wasser. Und so simpel. Kannst du mit dem Messer da dagegen halten. Mhm. Mhm, 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 mhm. So, dann können wir jetzt ein bisschen nachsalzen. Herr Doktor, Salz, ja? So gehört dir das. Gut. Jetzt noch Pfeffer. Ja, aber nicht so easy. Ist ja schade um die Farbe. Das schaut super aus. Also, ich glaube, das ist ein Rezept, wenn man dieses kann, kann man heiraten. Wirklich? Ja. Hirn in Ei. Ich glaube schon, oder? Ich glaube auch. Also, wenn man das auch noch isst, dann schau ein bisschen aus der Soße drauf. Wir haben irgendwo noch so Kräuter gehabt. Ich zupfe ein bisschen was runter. Voll egal. Ja, ganz egal. Hauptsache, das ist was Waren. Wir müssen schauen, dass die Beeren in der Mitte wegkommen. Au! Ach, manchmal bin ich gerne ein Kind. So. Weil ich so Freude dran hab. Das schaut aber wirklich super. Du weißt, was ich jetzt hab. Ja. Die Barbara Karlich, deine gute Freundin, hat mir ein Geschenk gegeben. Und ich glaube, dass das jetzt genau das Richtige ist. Das ist ein Tortenheber in Schuhform. Ach. Barbara Karlich, macht mir solche Geschenke. Ja. Na, der Drasttuch, schau her, jetzt kannst du mit dem das rüber schupfen. Aber bitte, die Absätze sind sehr dezent. Die sind sehr dezent, ja. Ja. Die sind geil, oder? Ja. Dass es so was gibt. Die ist oft bei dir essen auch, gell? Ja, die kenn ich. Die ist recht leer. Die ist nett. So. Eins, zwei. Ja, bitte schön. Meine Damen und Herren. Hirn in Ei. Sagst du nur einmal, was du da gezaubert hast? Das ist eine Hirn-Eiterrine, also eigentlich Hirn mit Ei. Mit einer Senf-Fenfel-Bohnen-Soße dazu. Und ein paar Kräuter sind drauf. Bitte magst du das anschneiden. Du, mach du alles. Und ich tue nur mehr essen. Bitte schön, greift zu. Das war die achte Kappe. Mhm. Mhm. Sehr gut. Was würdest du da jetzt dazu trinken? Mhm. Ein Bier? Mhm. Oder einen jungen Beißwein? Mhm. Mhm. So irgendwas Spritziges zum Hirn. Das ist gut. Schau, oder? Vielen, vielen Dank, Max Stiegl. Ich danke dir. Hat super Spaß gemacht. Und das ist wirklich gut. Und wieder Knoblauch drinnen. Ist wieder Knoblauch drinnen? Naja, du kannst nicht anders. Es ist halt einfach so. Vielen Dank. Bussi zu Ihnen nach Hause im Mahlzeit. Es ist das beste Leben. Ja, ja, ja. Du mit Freunden den Moment geniehst. Die beste Zeit verbringen. Gut, oder? Wenn Silvia kommt.